Hallo meine lieben Freunde, danke dass du bei mir wieder eingeschaltet hast. Ich bin der Nero und wir spielen zusammen Journey of Roach. Ja, wir haben schon in der vorigen Folge einige knifflige Rätsel hier gelöst, die in der Schwierigkeitsstufe mittelmäßig knifflig waren. Jetzt müssen wir mal gucken, wir haben hier Leim drauf gemacht. Mal gucken, ob ich die Fliege da reinkriege. Ich weiß gar nicht, wo die ist. Ich laufe hier gerade mal ein bisschen rum. Jetzt ist die wieder runtergeflogen. Vielleicht ist die jetzt der im Leim gelandet. Und ich habe noch zwei Flugzeugteile, die ich nicht zuordnen kann. Ja, okay, jetzt klebt die Fliege an uns. Soll nicht das Problem sein. Ich kann sie nicht wegpacken. Zwei Flugzeuge und Waschmittel und diese stinken essen. Das, mit denen wir nichts mehr machen können. Außer, dass es stinkt. So, wir haben noch eine Sache. Geht das jetzt? Ja, jetzt geht das. Super. Kann ich ein Flugzeug reinpacken? Nein, okay. Ich wollte eigentlich nur die Tür öffnen, um reinzugucken. Ich dachte, vielleicht hat sie jetzt die Tür geöffnet, aber... Nein, wir haben die Tür ganz geöffnet. Jetzt haben wir die Flieger wieder einzeln. Hoffe ich zumindest. Jetzt bin ich jetzt den Weg umsonst gelaufen. Ja, da ist die Fliege. So, wieder eine Fliege mehr. Hallo! Und nun? Hoho! Da, 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 da! Okay. Der Logik halber... ...würde ich sagen, wir müssen jetzt hier rein. Okay, kriegen. Die alte ist zu weit weg. Wo wir sind... Oh, was haben wir denn hier? Keine Milch. Du willst Milch haben. Was habe ich hier? Ich kann mir doch irgendwas nehmen. Ich verstehe nicht, warum er hier nichts nimmt. Ja, nerv mich nicht, bitte. Okay, ich kann mir anscheinend nichts nehmen. Ich kann hier aber rüberlaufen. Oh. Ameisen. Ist das ein Hund? Ne, ein zu klein für ein Hund. Eine Rattefiegericht. Oh, oh! Okay, ich kann nichts machen, weil... Ich kann da nichts nehmen. Das macht keinen Sinn. Oh, ein Schalter. Ich drücke und nehme einfach mal alles mit. Ihr kennt mich. Aber die Flugzeuge sind weg. Okay. Oh. Wartet, wartet. Vielleicht kommen wir... Nee, wir kommen hier nicht rein. Hier sieht das blöde Gitter. Okay, das geht nicht. Oh, er erzählt was. Das ist unser Kollege. Die wollen hier weg. Zu weit weg. Was? Kein Geld. Geld haben wir auch nicht, okay. Du bist sauer, weil dir die Ameise deinen Zettel weggenommen hat. Dein Plan. Okay. Hey. Gut, dann nehme ich es. Habe ich dir weggenommen. Guck mal, hier hast du noch deine Pläne. Was willst du eigentlich? Hier. Schatzplan, okay. 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 Okay, irgendwas mit einem Glas. Wie haben wir hier ein Glas bekommen? Okay, geht nicht. Oh, guckt mal hier. Hand. Ich stehe drauf und du kannst es... Ah, doch. Ah, wenn du was trinkst, wirst du super stark. Cool, okay. Dann möchte ich was trinken. Okay, da oben ist ein Schacht. Da denke ich mal, müssen wir rein. Und da unten ist noch irgendwas. Da müssen wir auch rein. Okay, hier fehlt irgendwas. Da fehlt was. Ich starb, okay. Oh, hier wollte ich gar nicht hin. Ich wollte eigentlich... Hier lang. Kann ich nicht mitnehmen. Hier kann ich nicht lang. Ich glaube, diese Rohre, da kann man immer nicht lang. Das ist ganz schön nervig. Okay, da geht es ganz schön tiefer runter. Scheint doch gefährlich zu sein. Da dachte ich ein Skelett. Die Kamera. Geht nicht. Hier trinken. Trinken geht auch nicht. Okay, da muss ich irgendwas mit machen. Wartet mal. Okay, das ging nicht. Zigarette. Okay, geht auch nicht. Wir müssen also noch irgendwas machen. Hier ist was. Das leuchtet ja so farbig. Alles, was farbig leuchtet, hole ich mir. Jo, eine stinkende Milch. Sehr gut. Ein Topf. Okay, jetzt haben wir uns hier irgendwas eingegossen. Ich weiß nicht, was wir damit machen können. Ich komme nicht rein, weil nur Ameisen korrekt sind. Okay, Rassismus hier. Reiner Rassismus. Was mit dir? Ach, mein Kollege. Mein Kollege ist hier durchgefallen. Okay, das sagt er mir auch. Was haben wir hier unten? Der Hund hat an einem Bein gezogen. Von einem Piraten. Hier haben wir einen Pirat. Oh. Okay. Ah, wartet mal. Okay, wir können den schon mal steuern, aber irgendwie bringt es nichts. Was ist mit dir? Du hättest gerne Musik, damit du tanzen kannst. Okay. Ja, ich bin das. Ich möchte das Bild haben. Okay, du magst das nicht. Hier ist dein Bein. Das brauche ich für den Hund. Oh. Ja, das sind nicht wir. Weil? Was hat er gesagt? Weil wir weiße Streifen haben und wir sind nicht ganz dunkel. Das heißt, wir müssen dunkel werden. Okay. Was sagt der hier? Der leuchtet auch. Der liebt Musik. Der will also Musik haben, okay? Was ist mit dir? Musik. Oh, wir haben tausend Schritte schon gemacht. Du willst Musik. Okay, alle wollen Musik. Das heißt, wir müssen uns, glaube ich, um die Musik kümmern. Hier fehlt ein Stab. Wir haben ja, glaube ich, schon alles abgeklappert. Das ist das Einzige, was stabähnlich ist. Oh, die ist glücklich, die kleine. Was ist denn das? Gelbes. Eine gelbe Kakerlake. Das ist eine gelbe Kakerlake. Die ist ja auch rechts drauf, ne? Hier auf dem, dem Plakat. Naja. So, jetzt sind alle glücklich. Was ist denn mit dir? Ich kann die nicht mal klicken, okay? Was ist mit dir? Du möchtest Schokoriegel. Habe ich nicht. Schokoriegel. Ich wollte alle Schokoriegel? Ernsthaft? Ich sollte Musik mal ins Hau. Ich muss ihm jetzt mal den Schokoriegel. Naja, vielleicht gibt es ihn hier hinten. Ja, ja, du bist sauer. Okay. Von dir kam er schon. Hier war auch nur die Fernbedienung. Ach, halt. Ich habe dir hier den Ventilator ausgestellt. Erinnert ihr euch? Irgendwo habe ich hier den Ventilator ausgestellt. Haha. Ein Hase. Okay, mit dem kann ich irgendwie nichts machen. Da ist auch kein Verbindungsstück. Einfach nur ein Auge. Ich kann es... Oh, angucken. Nice. Ich laufe hier gerade ein bisschen wild. Nicht wundern. Liegt an meiner Steuerung. Okay. Hey, wir sind auf der anderen Seite. Yeah. Oh, da ist ein Gewehr. Das hole ich mir. Ja, eine Brille. Oh, Medaillen. Hier ist ein Knopf. Ihr wisst, alle Knöpfe einmal drücken. Na gut, ist gar nichts passiert. Was ist mit der Brille? Ja, siehst aus wie ein Flieger. Okay. Du bist deprimiert. Ob das Sinn der Sache ist? Wer? Bringt nix. Brett. Okay, wir haben die Tür geöffnet. Ich möchte schreiben, aber er hat das Buch da reingepackt. Ja, geh runter. Du möchtest gern was trinken? Rein zufällig? Du bist ein Glühwürmchen, ja. Ich hab doch was zu trinken für dich, aber ich komm nicht an dich ran. Oh, Schokoriegel. Ich weiß schon, was ich mit den Schokoriegel mache, aber ich möchte dir gerne was zu trinken anbieten, mein Kollege. Ah, jetzt hab ich ihn das trinken gegeben. Dachte ich. Keine Ahnung. Geht nicht. Aber wir haben die Schokoriegel. Den haben wir ein bisschen modularer vor. Weil sonst vergessen wir zu viel. So, was mit dir? Du wolltest also einen Schokoriegel haben. Gebe ich dir mal einen Schokoriegel. Was? Ich kriege eine Jacke, wenn ich es richtig sehe. Die hier. Wenn ich... Wenn er die Schokolade. Wenn ich die Kugel... Also er dreht und ich kriege die Kugel. Okay. Mitte. Ach, guck mal. Ich kann jetzt mit dem Auto fahren. Hä? Das hat ja viel gebracht. Okay, du hast eine Schokolade gekriegt. Das hat überhaupt nichts gebracht. Aber das liegt daran, der Hund hat gebellt. Habt ihr es gehört? Das heißt, der Hund will ihn hier hinten haben. Dann würde ich mal sagen... Schokolade. Du kriegst Schokolade. Okay, dann drehen wir. Affen. Affen, Ameisen. Ah, er guckt weg. Okay, wir wissen, wo es ist. Hey, geschummelt. Ich hab nochmal drauf gekriegt. Okay. Okay, links, 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 links. Darf ich jetzt drücken? Wir haben gewonnen. Wir haben ihn beschissen. Ey, der hat uns die Schokolade weggenommen. Und was ist mit meinem Gewinn? Ähm. Alter. Du. Penis. Hey, ich hab ihn nie wieder weggenommen. Jetzt nehm ich ihm die Sachen weg. Die alte schweine. Nicht anfassen. Oh, da stand was. Habt ihr's gesehen? Wenn ich's trinke, bin ich riesenstark. Ja, okay, dann trink das. Oh, ich hab grad was anderes gesehen. Guck mal. Okay, das ist... In die Tonne müssen wir das besorgen. Aber ich hab was... eingesammelt. Ähm. Hallo? Was ist mit mir? Hast du nichts gedroppt? Oh. Okay, wir haben ein Glas. Hm. Was? Was hat er gesagt? Ich soll mich da reinquetschen? Mach ich. Hm? Aber, ich kann was anderes probieren. Ich hab hier die Schokolade wieder. Und der hier wollte ja Schokolade. Und wir haben ja mit dem Hund hier. Der mit dem Bein. Und der guckt hier wegen des Wuffs. Ich denk mal, Wuff, das war ein Hinweis. Also packe ich das da drauf. Und fahre mit dem Auto. Guck. Da zieht er sich zusammen. Das ist jetzt schon eine Jacke. Okay, bringt gar nichts. Du möchtest erst Musik. Ja, mega. Und wie kriege ich jetzt die Musik wieder an? Das Ding ist schrott. Super. Ja, ich darf's nicht anfassen. Ist ja okay. So, okay. Wir waren hier hinten bei dem Heini hier. Und möchten gerne das Buch da rausziehen. Hm. 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 Haben wir das irgendwie einschlagen? Haben wir was? Nee, wir haben nichts zum Einschlagen. Und was war mit dir? Du wolltest doch ein Glas haben hier, ne? Oh, guck mal, leuchtet. Okay. Danke. Oh, hoppla. Ich hab mich verklickt. Aber das geht. Ich wollte gerade wegkriegen. Also mit einer anderen Maustaste. Aber warum kriegt der den Deckel immer ab? Äh. Ich wollte gerade sagen, wo ist mein Glas? Ich muss irgendwas mit dem Deckel machen. Ich hab nichts für den Deckel. Okay, das bringt also gar nichts. Hm. Ist kaputt. Ich hab nichts zum Heilmachen. Okay. So, Kollege. Was ist denn mit dir? Kann ich dir irgendwas Schönes tun? Kann ich dir Feuer... Äh. Okay. Jetzt hab ich mir Feuer und damit dann gemacht. Ich brenne. Ich brenne. Hier, das nochmal. Ich brenne. Brenne. Oh. Ich brenne. Ich brenne. Ich brenne. Ich brenne. Ich brenne. Ich brenne. Aber guck mal, wir sind dunkel. Ist euch das aufgefallen? Ja, guck mal. Hier, Farbe angepasst. Ja, dann müssten wir jetzt da reinkommen. Da ist ja ein Haken. Obwohl es auch ungleich, ne? Ohne Haken da ist. Wir probiert es auch. Okay. Okay. Die schubsen uns weg. Das klappt nicht. Ew. Hm? Hm. Gar nicht so einfach. Hm? Okay. Rauchen ist ungesund. Ja, das stimmt. Das stimmt. Gut. Wir sind jetzt auf jeden Fall dunkel. Aber wir können denen ja nicht helfen. Wir müssen die Musik hier irgendwie so in Gang kriegen. Ich weiß nicht wie. Na gut. Ob wir das rauskriegen oder nicht, das erfahren wir dann tatsächlich erst in der nächsten Folge von Journey of a Road. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin Spaß gemacht. Manchmal habe ich Glück bei meinen Entscheidungen. Manchmal so wie jetzt, wo ich ein bisschen ratlos bin und ich mich auf Versehen angezündet habe. Was aber anscheinend ja Sinn macht. Äh. Ja, ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben. Ich hoffe, dass wir uns dann auch in der nächsten Folge wiedersehen. Danke, dass ihr zugeguckt habt. Und bis zum nächsten Mal. Und wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.